Was verbirgt sich dahinter und was können wir uns darunter vorstellen? Also das Thema ist, was die Branche natürlich bewegt, also muss man im Netz, wenn man Werbung erfolgreich schalten will, tatsächlich immer klicken, das heißt also performance orientiert mit den ganzen Abrechnungsmodellen, die dahinter stehen oder gibt es auch die Möglichkeit Branding-Strategien erfolgreich im Netz zu verlängern, natürlich idealerweise cross-medial. Das Interessante, also ich werde mit Christoph Schuh, Vorstand bei Tomorrow Focus, heute Nachmittag darüber diskutieren und das Interessante ist und das stellen wir aber schon vor der Internet-Ära fest, dass man mit zwei verschiedenen Leuten und Abteilungen spricht. Also das eine sind die Marketingleute, das andere sind die Vertriebsleute, die sind im Normalfall völlig unterschiedlich, getrennte Budgets, unterschiedliche Leute, sprechen manchmal nicht miteinander und das zieht sich natürlich durch. Also wir haben jetzt das gleiche Thema, was im Marketing-Mix seit Jahren herrscht, jetzt auch im Online. Ich möchte nicht so viel verraten, aber ich glaube zur Zeit verkauft sich Performance besser. Aber die Grundfrage beispielsweise für mich ist auch so neue Konzepte wie Social Commerce Ansätze, dass man sagt, also man gibt den Kunden die Möglichkeit gelungen Werbung zu machen, Produkte, Zusammenstellung, Affiliate, Revenue Shares zu bekommen, solche Geschichten. Da ist die Frage, ist das im Marketing, ist das im Vertrieb, wer macht sowas eigentlich, also solche Innovationsgeschichten und bin ich sehr gespannt, was Herr Schuh dazu sagen wird. Was vermuten Sie denn, was er dazu sagen wird? Wir werden ja das Interview ausstrahlen, wenn die Diskussion schon vorbei ist. Also ich vermute, dass er sagen wird, das habe ich glaube ich gerade schon gesagt, dass er Vertriebsthemen, also Performance sich besser verkauft, Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, die haben aber auch schon erkannt, dass ohne Branding nichts geht. Also man braucht, glaube ich, so ein gewisses Grundrauschen an Branding, an Opportunities to see, die Kampagnen verlängern, um dann im Performance basierten Bereich erfolgreich zu sein. Sie haben die Funkstille zwischen Marketing und Vertrieb, die teilweise existiert, angesprochen, Sie haben auch angesprochen, wer mit wem reden muss. Hier sind wir beim Thema Personal. Personal ist sicherlich auch hier bei der Messe ein Thema, sicherlich auch für den ein oder anderen Gelegenheit, einen neuen Job zu finden oder sich auch vielleicht zu verbessern. Was müssen denn junge Leute mitbringen, die in der digitalen Wirtschaft einen Beruf finden wollen? Also wir in der Hochschule der Medien in Stuttgart sind seit zehn Jahren dabei. Wir haben vor zehn Jahren den Studiengang Medienwirtschaft als, interessanterweise als Wirtschaftsingenieurstudiengang aufgesetzt. Jetzt mit dem Bachelor und Master hat sich natürlich alles irgendwo ein bisschen verändert. Aber in dieser Tradition, das ist uns ganz wichtig, dass die technische Kompetenz da ist, dass die Leute, also was im Studium dann tröge ist, Mathe, Informatik, Technische, Physik und solche Sachen, die muss man auch drauf haben, um zu verstehen, was eigentlich abgeht. Und dann eben die wirtschaftliche Kompetenz dazu, die Konzepte, die Crossmedial-Marketing-Konzepte, also die kreative Komponente genauso wie die strategisch-betriebswirtschaftliche, wie aber die technische Basis. Ich glaube, dieser Mix, also dieser Dreiklang muss da sein, damit das Ganze erfolgreich wird. Jetzt haben wir hier auf der Messe Firmen und damit auch Berufsfelder. Die gab es vor drei, vier, fünf Jahren noch gar nicht, sind aber trotzdem schon recht erfolgreich. Wie ist es als Hochschule möglich, auch sich diesem ständigen Wandel auch in den Curricula anzupassen? Also Punkt eins, die Umstellung auf die Bachelor und Master war eigentlich der ideale Rückenwind. Wir mussten alle umstellen. Das heißt also, wir haben jetzt beispielsweise an der Hochschule der Medien in Stuttgart ein neues Masterprogramm aufgestellt. Master elektronische Medien mit vier Schwerpunkten, Medientechnik, Mediengestaltung, Medienwirtschaft und Unternehmenskommunikation. Und hier vertiefen wir auf der einen Seite und bieten aber auch die Möglichkeit, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Diesen Studiengang gibt es jetzt erst seit einem Jahr. Wir fangen jetzt im Oktober mit dem dritten Jahrgang an. Und durch das Involvement der Firmen bei uns, die daran interessiert sind, die sich einbringen, sehen wir, dass wir da genau auf dem richtigen Weg sind. Also wir haben so prominente Partner wie United Internet, wie die große Stuttgarter Medienagentur DMC, wie Hubert Burda. Das sind unsere Partner der ersten Stunde, die mit uns zusammen auch die Inhalte entwickeln, die sich bei uns engagieren. Also ich glaube, man muss extrem flexibel sein. Und vielleicht sieht man das ja ein bisschen. Die Professoren bei uns haben auch alle 20 Jahre ordentlich in dem Bereich gearbeitet. Also die haben eine richtige Ahnung, sind eigentlich schon die letzten Jahre in diesem Wandel gewesen und sind flexibel und haben extrem Spaß. Also die jungen Leute, muss man sagen, sind auch extrem motiviert. Wir haben in den Bachelorstudiengängen zum Teil 800.000 Bewerber für 50 Plätze. Wir haben also top motiviertes Personal auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und haben Spaß dran, gemeinsam mit den jungen Leuten was zu entwickeln. Spaß machen sollen auch jetzt die drei Satzanfänge, die wir vorbereitet haben und wir bitten Sie, diese zu vervollständigen. Nummer eins, digitales Marketing wird in Zukunft fester Bestandteil aller Media-Pläne sein. Mein Highlight auf der OMD war? Ja, bisher der riesige Andrang, weil ich bin gerade erst gekommen. Eine Wahnsinnsschlange draußen und ich glaube, die Szene trifft sich hier, das sieht man. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung für den dritten Satzanfang. OMD oder D-Mix, im nächsten Jahr werde ich... Auf beiden sein, auf jeden Fall. Sehr diplomatisch. Wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen weiterhin eine angenehme Messe. Vielen Dank, Herr Zappel. Vielen Dank, Herr Zappel.